Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich bin hier gerade bei Antiskonta und hier hat es stark geregnet. Es hat unglaublich viel geregnet. Und was habe ich hier beim Teich gefunden? Also Teich, ich meine, das ist eigentlich nur eine große Lacke. Das sind zwei Enten. Unglaublich, wie schnell die Natur, also die Natur, in dem Fall die Tiere, alles entdecken. Ja, das wollte ich euch nur zeigen. Also ganz spannend, wie schnell das geht. Irrsinnige Regenfälle, die letzten Tage. Ende.